Da haben wir schon irgendwie so ein Trok oder was das sein soll. Das ist die spacige. Kleiner grüner Busch. Palmen. Und auch mal aufstellen, finde ich. Fahren. So. Da mal kaktieren, das ist schon mal in Ordnung. Was ist das denn? Ich dachte, er ist wieder hier irgendwie... Mach mal hier, da haben wir so ein Kaktuschen. Riesen fahren. Eine Salon-Palme. Palme, vor allen Dingen. Palme. Machen wir mal da hin. Okay. Eine Weihnachtspalme. Eine wässrige Palme. Okay. Zombie. Zwergpalme. Die sieht auch gut aus, die Zwergpalme. Komm, die Pferdchen auch. So. Müssen wir noch irgendwo Licht hinmachen für die Besucher. Sieht eigentlich bis jetzt ganz ordentlich aus. Ja, ne, hier. Sollten wir... ...noch eine Lampe hinmachen. Die ist, glaube ich, weiter unten. Die Schlangenweg-Lampe. Dann sehen die hier auch etwas, wenn es wieder dunkel wird. Ich dachte gerade schon, da ist wieder... ...oder ist jetzt schon eine Bank kaputt gegangen. Ja, das gehört ja nicht mit zum Gehege. Das ist in Ordnung. Ja, ja, aber Gehege-Einnahmen vordran. Äh, sehe ich das? Das ist in Ordnung. So. Kostet nur Geld. Denen geht's gut. Ich glaube, noch ein zweiter Mechaniker wäre nicht schlecht. Bewertet Schwimmbäder. Was für Schwimmbäder. Was für Schwimmbäder. Leu, Mann. Ich habe jetzt minus 180, weil ich zwei Pferde gekauft habe. Ja, aber wir sollen sich ja auch mal... ...vermehren. Damit wir mal ein Plus bekommen. Aber ich muss sagen, hier, das gefällt mir überhaupt nicht. Hier mit dem Wild. Ich finde das doof. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ist nicht meins. Hölzerne, wilde Maus. Kann man ja hier nehmen. Immer noch so eine dabei. Dann gehörte das gerade eben zu einer wilden Maus. Das, was ich da abgerissen hatte. Okay. Sandig brauchen wir einmal. Dann Western. Das machen wir dann, glaube ich, nur... Warte mal, das machen wir anders. Ich muss noch mal sandig rausholen. Machen wir so. Mach mal so. Denn, wenn ich hier noch weiterbauen möchte, kann man ganz keinen Platz mehr, weil das hier irgendwie hier hinbauen können. Maustürme. Alle 20 Minuten. Kostet auch so um die 4... Machen wir 4,70. Nein. Das ist mir zu wenig. Machen wir mal weniger machen. Machen wir mal weniger machen. Okay. Aber die dürfen gerne eine andere Farbe haben. Und dann mal hier Farbe für Wagen auswählen. Weil das ist mir zu... Kitschig. Das Ganze. Nein. Machen wir das so. Und rot. Und dann wollen wir auch mal eine Fahrt dann damit fahren, ne? Ne, mit dem Großer, das war aber zu kitschig. Ja, da kann ja noch was geben, ne? Mit dem Gehege da, 200 monatliche Gehege-Einnahmen. Ich muss ja im Prinzip dann entweder bauen, 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 dass wir mehr Besucher bekommen und in der Hoffnung, dass sie dann den Preis von 1,20 Euro bezahlen. Oder aber ich muss den Preis erhöhen. Einen vom Bein, aber dann gehe ich auch das Risiko ein, dass keiner mehr guckt. Das ist doof. Gefällt mir nicht. Hm. Joa, ist in Ordnung. Ja, da geht's noch nicht weiter, Jung. Aber ich muss, was war dat? Eins? Ja. Noch sagen, dass sie das jetzt hier mit dazubekommen hat. Ah, jetzt haben wir da hinterher Müll und das wäre nicht so toll. Was können wir denn noch bauen? Kinderbahnen. Hm. Kann man denn davon mal... Nee, dat Buffalo-Ding ist nie gut angekommen. Hm. Ja, Wasserbahn brauchen wir jetzt nicht. Karaoke-Show, was ist das denn? Popkonzert mit dem populären Musiker. Star-Karaoke, okay. Ach, das ist diese eine da auch. Okay. Tja. Ein Westernrad könnten wir noch bauen. Aber... Tja, wollen wir das machen? Ich mach's einfach mal. Ich denk mal nicht, dass sich da so viele Leute anstellen werden. Geh' ich mal nicht von aus. Dann nehmen wir... Was haben wir denn hier? Sollte vielleicht ein bisschen runtergehen. So. Ja, ich glaub, da geht die Ersten drauf. Naja, wird bezahlt. Wird vielleicht nicht so gut besucht sein, wie die anderen, weil ich denk, weil das hier hat schon... Ja. Oh, das am besten war. Na. Geld eingebracht. Boah, 4000 schon. Das Bild hat da immer nur zwei mitfahren können. Machen wir hier... Zwei Runden. Ich glaub, da dürfte dir den besser gefallen. Und warum hab ich hier wieder so ein Gitter dran? Stellt überall. Anscheinend... Ähm... Was haben wir denn hier? Nein! Das ist richtig dir schon. So, TNT-Spirale. Also, wenn schon, dann... TNT-Spirale. TNT-GTui. TNT. 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 EstücktVI.